Musik Hey Leute, was geht? Luis hier und willkommen zurück zu einer Minecraft-Folge. Ich habe heute wieder voll Lust Minecraft zu spielen und deshalb mache ich eine neue Obi. Und Leute, ich habe mir was ganz cooles überlegt und zwar, ich werde, wenn es natürlich euch gefällt, dafür müsst ihr mir aber auch ganz viele Likes da lassen auf das Video. Ich habe überlegt, ob ich eine Serie mache und zwar eine Luis-Zock-Serie. Das finde ich richtig cool. Und dann würde ich da ganz viele Minecraft-Videos spielen, denn Minecraft ist mein absolutes Lieblingsspiel. Und da würde ich ganz viele unterschiedliche Maps, Karten, obwohl Maps eigentlich das gleiche ist wie Karten, aber auch ganz viele unterschiedliche Sachen bei Minecraft spielen. Entweder Überleben oder Obies oder Parcours oder Adventures. Boah, richtig cool. Und ja, ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht bald ein Dungeon-Adventure mache. Aber ja, dafür müsst ihr natürlich erst ganz viele Likes auf das Video geben, weil ich möchte ja eine richtig coole Serie starten. Und wenn das natürlich mit ganz vielen Likes ist, dann läuft die natürlich auf jeden Fall viel, viel besser. Aber wir kommen jetzt erstmal zurück zu diesem Minecraft-Spiel. Und ich mache heute wieder ein Parcours, ein Obi. Und wie man hier sehen kann, ist er ein Contributors, ClickMe. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich lese es einfach vor. Okay, also hier ist Join Our Server. One King Only. Online. One King Online. Ich bin der einzige King, der online ist. Da habt ihr recht. Okay, ich würde sagen, wir hören auf, so viel zu reden. Und wir zocken jetzt weiter. Ey, lass mich durch. Was ist denn hier passiert? Okay, oh. Oh, voll cool hier. Nein. Oh, oh. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Äh, hallo. Ah, hier sind Leitern. Okay. Ich wusste es natürlich. Oh Mann, ich habe schon zwei Herzen verloren, nur weil ich aus dem Hund angefallen bin. Das war ja nicht mal Absicht. Ja, okay, gut. Ich probiere es nochmal aus. Diesmal nehme ich mal ein bisschen mehr Anschwung hier und yes. Oh Mann, nicht schon wieder. Ich habe gedacht, ich bin der einzige King hier, aber irgendwie bin ich gerade hier voll noch Anfänger-Modus. Aber oh, jetzt geht es hier auf jeden Fall viel, viel besser. Nein. Oh Mann, Leute. Wieso ist das so schwer? Ah, ich habe eine Idee. Ich laufe von hier an. Und wie ihr wisst, kann ich eigentlich Obis richtig gut spielen? Oh nein. Okay, jetzt habe ich zu viel, ähm, Herzen verloren. Okay. Oh Mann. Jetzt bin ich jetzt wieder gar nicht gesprungen. Das ist mir schon letztes Mal auch ganz... Was? Oh Mann. Nein. So, okay. Ich habe zum Glück ein Checkpoint erreicht. So, okay. Jetzt nochmal hier. Leute, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das sieht hier ein bisschen... Oh, jetzt habe ich es geschafft. Ich bin der Allerbeste, habe ich doch gesagt. Nein. Oh Mann. Zum Glück habe ich den Checkpoint geschafft. Sonst wäre es jetzt ein bisschen, äh, doof für mich. So, jetzt nochmal hier Anschwung nehmen. Anlauf nehmen. So, ich bin ganz hier und... Was? Ich bin viel zu weit gesprungen. Okay, nochmal neu. Okay. Das sieht schon mal sehr gut aus. Hier muss ich sagen. So, zum Glück habe ich... Oh, ich bin wirklich froh, dass ich gerade hier die, äh... Oh, yes. Geschafft. So, mega knapp und... Yes. Yes, ich habe es geschafft. Level complete. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich bin der Allerbeste. So, Leute. Da man hat es gesehen. Ich habe gar nicht so lange gebraucht, um das erste Level zu schaffen. Also, ich bin einfach so extrem gut. Okay, jetzt muss ich nur hier... Ah, jetzt geht es hier weiter. Oh, okay. Wo geht es jetzt hier? Oh, diese... Diese bunte... Oder hier dieser Wald. Hm, ich weiß nicht. Welchen soll ich nehmen? Oder hier? Oder das? Oh, das sieht cool aus. Ich glaube, ich nehme das. So, okay. Erstmal wieder mit richtig Anlauf hier und... Yes. Und da oben auch. Okay. Was passiert da oben, wenn ich dann da bin? Äh, was? Hallo? Okay, 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 okay. Ah, okay. Ja, ich glaube... Äh, äh, ja, natürlich. Ich weiß. Ich muss, glaube ich, hier draufklicken. Äh, äh, äh. Oder was ist das denn hier für einen Raum? Okay, ich gehe jetzt einfach hier hin. So, Level 1. Caves und Cliffs. Ich glaube, das hatten wir in der Schule. Caves sind Höhlen und Cliffs sind Cliffer. Äh, nein, Cliffs sind, äh, Hügel, glaube ich. Oder sowas. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber manche haben meine Vokabeln noch nicht gemacht. Ja, okay, egal. So, ähm, hier geht es nicht um Vokabeln, sondern erstmal hier um... Oh, 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 schaut doch mal, das ist ein Skelett an. Oh, okay. Hier geht es erstmal darum, hier aus der Höhle rauszukommen. Und, äh, ah! Oh. Oh, hab ich mich erschrocken. Voll gruselig, aber macht Spaß. Okay, ich glaube, ich muss... Ah, ha. Ah, ha, ha, ha. Ich habe, glaube ich, die Lösung gefunden, Leute. So. Ich muss hier auf diesen Stein hier. Dann muss ich hier auf den nächsten. Hier dann. Oh, Mann. Hat nicht funktioniert. Okay, so. So, nochmal da. Und... Oh, schon wieder nicht. Okay. So. So, ich glaube, ich muss das ein bisschen mit Anschwung nehmen. Äh, mit Anlauf. Mit Anschwung. Und... Yes! Yes! Oh, nein, ich bin runtergefallen. Oh, Mann, schade. Okay, ich probiere es nochmal aus. Aber das sah auf jeden Fall gerade schon viel, viel besser aus. Es sah aus, als ob ich das wirklich kann, oder? Aber ich kann das ja auch natürlich. Weil ich bin... Ich bin, äh... Auf jeden Fall voll der Minecraft King. Nein! Auch wenn man es oft nicht sieht. Das liegt aber davon, dass die Tastatur oft einfach macht, was sie will. Und nicht, äh... Das, was ich eigentlich machen will. Nur, wenn ich es schaffe, dann macht die das, was ich will. Aber sonst macht die eigentlich, was sie selber will. Und... Und... Oh, Glück gehabt. So, jetzt nochmal hier. Einen großen Sprung. Und dann da hoch. Nein! Oh, Mann! Wieso klettert er denn so... So schräg da hin? Das gibt es doch wirklich nicht. Oh, Mann, das ist so nervig. Das ist nicht so nervig, wenn das nicht sofort... Funktioniert so, wie ich das eigentlich haben möchte. Yes! Jetzt habe ich es geschafft. Ja, haha. Siehst du, du kannst mir gar nichts. Ich bin der Allerbeste. So, und okay. Wo geht es jetzt hier lang? Oh, das sieht aber hier schön aus. Oh, das sieht hier wirklich sehr schön aus. Das sieht so aus, als ob ich das selber gemacht hätte. Weil das so schön aussieht. Hm. Ich überlege mal. Wo kommt man hier denn am besten hoch? Leute, habt ihr eine Ahnung? So. Ich glaube... Ja. 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 Okay. Okay, ich habe eine Ahnung. Ich weiß das selber. So, okay. Jetzt muss ich da hochspringen. Und... Yes! Oh, was ist das denn hier? Was steht denn da? Thanks for playing my other two maps. Wow! Was? Nein. Nein! Nein! Oh, Mann! Ich habe auszusehen... Na toll. Ich habe auszusehen... Rechtsklick gemacht und dann passiert sowas. Nein! Die Tastatur und die Maus, die macht oft, was sie will. Und nicht das, was ich will. Oh, schon wieder nicht. Oh, Mann. Das ist hier wirklich... Ähm... Ich glaube... Ich glaube, meine Tastatur ist kaputt. Deshalb, Leute. Deshalb bin ich nicht so gut. Ich muss ja auf jeden Fall eine neue kaufen. Obwohl... Nein! Das wird auch erklären, wieso ich die ganze Zeit hier runterfalle. Oh, Mann. So, okay. Ich muss nochmal... Ich will mit vollem Herzen hochkommen. So, okay. Und Sprung. Sprung, Sprung. Yes! Habe ich doch gesagt. Ich bin der Allerbeste. So, und jetzt hier nochmal. Hoch. Sehr gut. Mit Anlauf auf diesen Pilz. Ich glaube, das sieht aus... Ich glaube, das ist ein Pilz. So. Okay. Hm. Ich glaube, das ist das Gesicht von dem Entwickler. Deshalb. So. Ich kann das, glaube ich, aber auch nicht nehmen. Nee. Kann ich nicht nehmen. Okay. Aber es sieht schon voll cool aus. So. Hm. Okay. Jetzt muss ich hier schauen, wo ich da am besten hochkomme. ne? So. Da ist auch noch was. Da ist noch ein Weg. Ich glaube, ich könnte da hoch. Und... Oh, das... Das sieht nämlich da auch aus, als ob man da hochkommen könnte. Hm. Eine sehr gute Frage. Okay. Ich muss mal kurz überlegen. Nee, da komme ich auf keinen Fall hoch. Da. Vor allem da oben ist ja auch gar nichts mehr. So. Ich glaube, ich muss irgendwie da hoch springen. Okay. So. Ich nehme jetzt einfach nochmal Anlauf und versuche jetzt da rein zu springen. Oh. Ich falle dann tief, wenn es nicht funktioniert. Aber... Okay. Aber ich sehe gerade. Ich komme da gar nicht hinten. Ah, doch. Ich muss dann von da, da hinspringen. Oder? Ja, doch. Das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Das sollte Sinn ergeben. Und... Yes. Habe ich doch gesagt. So, okay. Okay. Jetzt nochmal hier. Vorsichtig. Okay. Es ergibt keinen Sinn, hier hochzukommen, weil... Äh... Die... Steine hier tropfen und schon stören. Hm, hm, hm. Ah, ich muss da hinten hin. Aha. Okay, okay. Aber wie komme ich da jetzt am besten da hinten hin? Vielleicht kann ich auch da hinspringen? Na, die sieht mir aber so weit aus. Ich glaube nicht, dass ich da hinspringen kann. Hm. Oder sehe ich vielleicht von dem... Pilz? Muss ich von dem Pilz da hochspringen? Aber das ist doch auch wieder viel zu hoch. Und das ist ja auch viel zu hoch. Hm. Okay, ich probiere es jetzt einfach mal. Hm. Hm, ich traue mich nicht. Okay, und... Nein! Das hat nicht funktioniert. Oh, Mann. Okay, ich muss da jetzt nochmal hoch. Zum Glück muss ich nicht ganz von vorne anfangen. So. Okay, jetzt nochmal hier schauen. Wo komme ich hier am besten hoch? Also da muss ich doch nicht hoch. Okay. Und da... Da komme ich nicht hoch. Das sind drei Blöcke. Wie soll ich denn die schaffen? Hm. Hm. Ah, ich glaube... Ich muss von dem Pilz... Hier hochspringen. Das sieht mir sehr, sehr machbar aus. Okay, ich probiere es mal aus. Okay, doch nicht. Okay, doch nicht. Leute, wo muss ich denn hier hin? Hä? Nee, okay. Oh, Mann. Das ist schon wieder so etwas... Wenn man so... Das ist ja hier... Boah, man muss ja mehr nachdenken als in der Schule. Das ist mega schwer hier. Okay. Aber ich komme da... Ah, hier ist ja auch noch eine... Boah. Okay, was bringt mir... Was bringt mir die denn? Hm. Lianen waren da auch keine, oder? Vielleicht muss ich ja doch hier hin. Und dann sehe ich vielleicht von hier etwas anderes. Und dann sehe ich von hier mehr. Hm. Nee, oder? Vielleicht muss ich wirklich da hinspringen. Oh, da sieht... Oh, das sieht aus, als ob es da... Da weitergeht. So, ich glaube, da muss ich hier runter. Okay. Doch nicht. Oh, Mann. Nein. Oh, nein. Jetzt bin ich wieder hier. Okay, Leute. Ich habe hier jetzt keine Ahnung mehr, wo es jetzt hier lang geht. Aber... Oh, Mann. Ich glaube, hier geht es auch gar nicht mehr weiter, oder? Habe ich schon das Ziel erreicht? Ich glaube... Ja, okay, nee. Nee, da komme ich dann... Doch, ich muss hier hin. Also hatte ich doch am Anfang recht. Natürlich, wusste ich doch. Okay. So, genau hier. Und jetzt kann ich... Mit Anlauf. Darüber. Uh, nicht zu weit. So, und jetzt kann ich da drauf. Und dann komme ich da hoch. Yes, ich wusste es. Uh. Oh, 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 oh. Oh. Das ist... Leute, ich bin gerade voll nervös, weil ich es... Weil ich es schaffe. Ich glaube, ich schaffe das jetzt. So, da komme ich nicht hin. Ich glaube, ich muss... So. Yes, okay. Okay, ja, es funktioniert. Es funktioniert. So, jetzt kann ich da gleich mit Anlauf... Da hoch. Und dann... Yes! Yes! Es funktioniert. Leute, habe ich doch gesagt. Oh, was ist das denn hier? So. Okay, auf den Baum hier. Und dann kann ich... Ey! Okay, ich springe hier nochmal hoch. So, oh man, hoffentlich kommt bald ein Checkpoint. So. Oh. Ah, hier ist ja auch einer. Ah, okay. Ich sehe hier, hier ist auch schon eine Box. Oh, ich muss gar nicht so weit springen. Oh, oh. Hm, ich darf nicht zu lange draufstehen bleiben. Deshalb überlege ich jetzt schon meinen nächsten Schritt. Hm, wo springe ich denn als nächstes drauf? Hm, also von hier muss ich am besten wohl da hoch, oder? Ah, ich glaube, dann springe ich doch lieber von hier. Dann nehme ich noch den Schwung mit, da hochzukommen. Oh, von da muss ich dann warten, bis das wegfällt. Oder wo geht es denn dann da hoch? Oh, oh man, das sieht hier alles so schwer aus. Sie sieht hier... Hier sind Fragen über Fragen, die auf mich zutreffen. Oh, okay. Okay, ich muss jetzt ein bisschen hier... So. Jetzt muss ich schnell machen. Nein! Okay. Okay, ich bin jetzt wieder hier. Zum Glück nicht allzu weit. So. Okay. Nein! Okay. Oh, nein, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Du musst ja wieder auf den Pilz. Oh. Okay, da lang. Ah ja, genau, ich muss ja hier wieder hin. Okay. So. Und jetzt? Nein! Leute, ich habe verloren. Oh, Mann, schade, 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 schade. Das war jetzt so spannend. Und das war jetzt auch mega schwer. Und ich muss sagen, die Map ist eigentlich schon ziemlich cool. Und der Parcours, der macht auch ziemlich viel Spaß. Aber ich glaube, ich werde mir doch eine andere noch suchen. Aber Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Das würde mich mega freuen. Und wenn ihr die Louis Zuckt Serie gucken wollt, dann lasst mir ganz, ganz viele Likes da. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.